Systemüberprüfung Kurzwelle steht. Ich habe ISM und einige Standardempfänger am Laufen, Sir. Versuchen Sie, Ismailia direkt über Antenne zu erreichen, sobald wir uns zuerst nähern. Bis dahin absolute Funkstille. Aye, aye, Captain. Irgendein Zeichen von Timstone? Gar nichts. Nicht mal eine Trägerwelle, Sir. Aber wir leben. Wir werden hier verrecken. Nein. Wir bleiben zusammen und am Leben. Genau. So sieht der Plan aus. Zwei Tage später. So eine Scheißkarre. Soll ich lieber fahren, Irish? Schon gut, Henna. Ich schaff das. Ich komm hoch zu dir. Ohne Essen und Wasser halten wir nicht mehr lange durch. Echt? Gib uns Deckung, Wrecker. Was? Kann ich an das IMG? Geht's dir auch wirklich gut? Lass einfach mich fahren. Nur über meine Leiche, Hannah. Warum kannst du mir nicht vertrauen, Irish? Willst du mich verarschen? Ich weiß nichts über mich. Wem gilt überhaupt eine Noabilität? Ach, weißt du, vergiss es. Ach ja? Versuch's doch mal. Ich habe Jinji meinen Eltern, meinen Geschwistern und ihren Kindern vorgestellt. Ich wollte ihnen Hoffnung geben. Am nächsten Tag kam John Stephen und mann ihr Dorf nie. Sie haben alle getötet. Langsam. Wow. Das war, muss ich sagen, das wusste ich nicht. Pass auf, Herr. Es tut mir leid, okay? Das Frauen verdient von sich, Irish. Du verfluchte Scheiße! Ich kann zwar auch alleine laufen. Alles okay? Ist was auf den Kameras oder Sensoren? Alles sauber. Wir haben drei Minuten. Was ist das? Ein Observationsposten? Ja, kommt jetzt, Leute, Bewegung. Hey, wir wären fast aufgeflogen. Dachte, du wärst ein Marine. Tombstone Squad. Siebte Flotte. Ah, woher kommst du? Brooklyn, East Flatbush. Was auf der Tilden und der Wingate? GWH. Westinghouse? Ja. Echt? Da war mein Bruder. Mein Dad hat ein Restaurant in Brownsville. Wer sind die beiden? Wrecker, Squad Leader. Sie ist vom chinesischen Geheimdienst und eine gute. Wie kommen wir zum Stützpunkt? Was weiß ich? Zauberei? Ich zeig euch, was los ist. Die Russen sind überall. Wir haben den Stützpunkt verloren und wurden in die Altstadt zurückgedrängt. Wir brauchen einen Transport nach Westen. Wo ist der befehlfabende Offizier? In der Altstadt natürlich. Ist ein Kilometer östlich. Orientiert euch an der blauen Kuppel und sucht Major Greenland. Könnt ihr gar nicht verfehlen. Hey, kontaktiert Greenland und gib ihr Bescheid. Jawohl, Sir. Ist das der beste Weg? Absolut. Habt ihr noch was im Wagen, das die Russen nicht in die Finger kriegen sollen? Nichts außer jede Menge Dreck. Wrecker, stimmt's? Molinas Hotpockets, der Laden meines Vaters, das beste Hühnchen der Stadt. Musst du mal mit deinem Squad hingehen? Okay, Marines, na los, alles mal brennen und dann weg hier. Das beste Hühnchen der Stadt. Mann, hab ich Hunger. Verdammt viele Feinde auf dem Weg in die Altstadt. Hallo? Sobald wir bei den US-Truppen sind, müssen wir es der Valkyrie mitteilen. Garrison weiß, wen er an Bord hat. Oder, Hannah? Er weiß es, aber sonst niemand. Je weniger es wissen, desto besser. Darf ich? Ja, jetzt. Was haben wir da Schönes? Ein Panzer, hä? Da gibt's erstmal Waffen. Ich will die hier. Die benutze ich schon mal. Die will ich. Und mein Scharfschätzer. Fahrzeug, Fahrzeug, runter, schnell. Es gibt keinen anderen Weg. Wir müssen durch das Tor auf der anderen Seite. Die Drecksrussen unterstützen, Shank. Das wäre vom... Und ich, nee. Da ist ein Panzer, also nehme ich Minen und C4. Korrekt. Hacker. Hacker, aufgedacht. Welche Infos? Okay, der Junge dreht hier seine Runden. Okay. Der Junge dreht hier seine Runden. Jetzt dreht er um. Ja, der dreht er um. Ja, der dreht er um. Bestimmt wieder hierher. Patrouille machen. Hecker. Ja, da drauf. So, kommt der Panzer jetzt nochmal, oder? Er dreht. Raum, 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 Raum. Raum, bitte fahr voll ins Mühlenfeld. Oh nein, fahr die Mühlenfeld. Komm, eine Chance gebe ich dir noch. Ich muss diesen Panzer loswerden, sonst habe ich hier gar keine Schnitte. Okay, er fährt wieder los. Jawohl, der biegt ab. Der Drehsack ist erledigt. Ich treffe wieder gar nichts. Ich treffe wieder gar nichts. Tisch treffe ich. Oh, der war's mit dem Problem. Ja. Oh, wo laufe ich hin? Okay, das lief nicht so wie geblieben. Das geht so nicht, Leute. Das geht so nicht. Okay. Wir wechseln die Waffen. Oh nein. Ich gehe da wieder rein. BNP! Kommt jetzt hier mit auf dem BNP! Kommt jetzt hier mit auf dem BNP! Warum? Ist das jetzt zu nah? Ich treffe ja gar nichts! Ah, die Waffen war. Nächster! Kommt jetzt hier mit auf dem BNP! Ja! 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 Okay, dann halt anders. Das ist hier bestimmt irgendwo hoch, oder? Kann ich das hier... Wow. Oh. Du kleine... Nein, ich sag nix. Okay, der hat mich gesehen. Naja, scheiß auf deine Raketenwerfer auf dem Dach. Ich mach den so fertig. Es hat vorhin auch funktioniert. Ich brauch nur Geduld. Wir müssen durch das Tor auf der anderen Seite. Direkt vor uns. Jaja, ich bin ja schon da weg. Jetzt bevor er explodiert, schnell die Lage checken. So, diesmal ist der Arsch weg. Was für mich heißt, ich kann mich jetzt in Ruhe hier hinten mit den anderen Geschäften. 50 Meter. 50 Meter. Äh. Das hat vorhin alles besser geklappt. Gut. Ja, geht doch. Geht doch. Äh, nicht ganz. Kann man noch hoch? Ja. Ach du das? Habt ihr ihn dann, oder? Ernsthaft? Ey Leute, das ist lächerlich. Holt ihr euch bitte die beiden da. Tut ihr das für mich? Ich kann mich mal wieder hinten. 100 Meter. 100 Meter. Wer muss da hin? Nein. 50 Meter. Ich steck zu viel ein. 100 Meter. So, hier wird noch Kampf. Jawoll. Komm, du willst doch auch nochmal. Okay, der ist dahinten. Äh, mach ihn immer voll. Ja, mach du mal. Ich kenn dich, du machst den Scheiß. Okay, Rick, I'll snap in here. Ja, komm, streck dein Köpfchen raus. Willst du schießen, musst du dein Köpfchen rausstrecken. Ah, es geht nur in eine Richtung, oder? Nee, jetzt ein Zift. Oh, es geht in zwei Richtungen. Oh, ich kann kotzen. Oh, es geht in zwei Richtungen. Vielen Dank.